Hose Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Walking Asshole mit Meneville 4. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum wir nach dem Ende von Staffel 1 immer noch hier sind, bei der Staffel 1, dann muss ich euch sagen, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja, auch wenn das Ende da ist, geht es hier noch ein bisschen weiter mit der Staffel 1, denn zwischen Staffel 1 und Staffel 2 gab es nochmal einen kleinen kostenlosen DLC zu The Walking Dead Staffel 1, der nämlich eine Verbindungsbrücke ist, ein Bindeglied, wie man so schön sagt, zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Und ja, das machen wir doch einfach mal. So, da sind wir. Und Play. Und da kommt auch schon der nächste, genau, Special Episode 400 Days. Das ist die Special Episode, die wir noch spielen müssen, bevor wir dann zu Staffel 2 aufbrechen werden. Okay. So, lustige Ladezeit. Und ihr werdet euch sofort sehen, wir spielen nicht Clementine oder Lee. Das sind komplett neue Charaktere, die wir gerade sehen. Und die werden irgendwie eine kleine Rolle spielen in Staffel 2. Wenn es denn da an würde. Na gut, das wissen wir noch. Döp-döp-di-döp-döp-döp, döp-döp-döp-döp-döp-döp-döp. Okay, da war noch alles gut Da gab es noch Zivilisation Und natürlich spielen wir hier auch alle Arschlöcher Das heißt, jeder Charakter, der da ist, ist auch ein Arschloch Deswegen muss es eigentlich heißen, the walking assholes Und das, ja, und so sieht es jetzt halt aus Ja, die fanden jetzt auch nicht mal so gut aus, aber sie wehten auch im Wind Amerika, fuck yeah Okay Ah ja, genau so war das ja aufgebaut, ich erinnere mich Wir können uns gleich aussuchen, mit welchen der Charaktere wir anfangen Ich glaube, es sind sechs Charaktere, die wir spielen können Und wenn alles gut ist, schaffen wir das in ein bis zwei Parts Alles weg Vielleicht aber auch länger So Ich möchte vielleicht direkt mit dem Lustigsten anfangen Also zu einem hätten wir da Vince Dann hätten wir da Wyatt Russell Bonnie Und Shell Sind doch nur fünf Ja, aber immerhin Okay, und ich würde sagen, ich fange direkt mit den Lustigsten an Und das ist nämlich Wyatt So Und da kann man auch schön böse sein Bekannter Ja So Ich versuche möglichst Arschlob Ach, das ist so f*** Warum hast du diesen Mann schreit? Was war das? Ich habe das nicht gesagt, es zu tun Es hat einfach passiert, okay? Wo warst du mit einer Warnung? Du siehst, du siehst das auf mich jetzt? Ich habe auch nicht den Mann gesehen Ich war zu Angst, dass die Leute uns an uns schreiten Scheiße Mann, wie haben sie mit uns geschenkt? Wer gibt es eine Scheiße? Nur Hör auf, Betty Hier, Mann, schreit Du siehst, du siehst, Mann Nehm mich, nehm mich, nehm mich Oh, war das ein Treffer? Oh, gut Treffer. Schön. Das klingt schon mal gut an, das Ganze, oder? Das ist schon mal gut. Du kannst dich jetzt mal aufbauen, Mann? Turn die fucking lights auf. Stupid? Was? Das ist smart, Wyatt. Die Leute werden uns nicht mit den lights aufhauen. Wir können nicht ein verdammtes Ding sehen. Ich kann alle verdammte Dinge sehen. Es ist okay. Gott, ich kann nicht glauben wir in das Scheiße. Keine Ahnung. Bitte? Die Straße ist wirklich straight. Wir werden es okay. At least slow down. Was? Fuck, nein. Du siehst du einen Mann, Mann? Er ist fucking gorkt. Ich will nicht diesen Mann in meinem Leben, Wyatt. Ich kann alle Blut, ich kann mich nicht so falsch... Okay, Mann. Gott, wie das so falsch geht? Ist das ein bisschen wie ein Ding auf mich? Nein, Mann. Ich sage nur... Es ist... Ich... 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 Warum haben sie nicht gesagt? Der Mann hat seine Scheiße hier gemacht. Das ist alles, was sie haben gesagt. Ich habe gesagt, dass du nicht auf die Scheiße aufhauen. F*** dich auf, Wyatt. Die Leute werden uns zu töten und alle unsere Scheiße machen. Du nicht das wissen. Ja, ich mache. Die Scheiße hat deine Scheiße aufhauen. Und... Look... Wyatt... All I know is... Those guys had me all... Jacked up. Like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like... Watching that guy's brains come out of the back of his head. I'm sorry, man. I... I... I still can't forgive you exactly. No, I get that. I don't need that. Just... Whatever, dude. It's fine. It's fine. Was ist das für eine Gegend? Es ist echt ein bisschen sumpfig. Und... mein Gott. Könnte aus Zelda sein. Let's go. Ich werde deine Augen schreisen. See? Es ist es gut. Ein Ruhiger wie mein Türke. Denkst du, wir sind in der Entfernung? Oh, sag ich so. Warum nicht? Alles klar, lass uns kommen, wer hier ist. Bitte, noch nie zu sprechen. Mal sehen, ob es noch was in der Boxen gibt. Ich sehe nichts da draußen. Wer mit du sprach? Du? Oh, was hast du gesagt? Augie. Oh mein Gott, was? Schau mal. Erinnerst du, als TJ hoch war und versuchte, einen Pancake in den CD-Spiel? Nein. Ich sehe nichts. Mann, es ist da draußen. Schau mal. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was ich sehe, ist das Ammo, die du verletzt hast letzte Woche. Oh mein Gott, wirklich? Aber ist es noch nicht? Was sind wir? Du weißt, eineinmal war ich mit einer Frau. Abigail. Du erinnerst dich? Und sie hat mir gesagt, dass sie fünf Jahre alt war. Und ihr Vater nahm... Mann, einfach aufhören. Ich mag dich. Okay. Shit! Ah! Ah! Ich habe mich gerade erschrocken. Das gibt es ja gar nicht. Was? Wie... Es war ein Mann. Mann, was? Wenn du einen Mann sahst? Ich glaube, das war ein Mann. Wyatt. Komm mal, Mann. Sei was. War das ein Mann oder nicht? Was... Was? Das verdientbrasche? Das Nacht ist so verdient, Mann. Wyatt. Die Halt. Wo? entrance mir das immer. Ha 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 Mann, was ist das auf dem roten Seitenmierer? Das Blut sieht für dich aus? Ja, aber es ist ein bisschen scherz. Ja, verdammt. Du denkst, das Blut auf dem Windschild ist frisch oder rot? Ist das das Schild aus dem Auto? Ich kann nicht von hier wissen. Was ist das, da draußen auf der Straße? Stopp messen! Wir müssen wissen, was passiert, okay? Okay, okay, jeez. Mann, ich sehe wirklich nichts. Gerne, du denkst, dass ein Stück von diesem Mann es in die Klobbox gebracht hat? Mann, ich weiß nicht. Schau, Wyatt. Es war ein Mann. Bist du sicher? Ja. Wie sicher? Ziemlich sicher. Nicht mit kleinen Carlos, sicher. Jesus. So, was wir machen? 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 Wir gehen da. Es ist keine Chance. Ich werde aus dem Auto. Forget es. Was ist das du, Mann? After all das was passiert in den letzten paar Monaten? Wo ist deine Kompassion, motherfucker? Komm mal, Mann. Das ist dumm. Wir gehen da raus. Wir schauen es raus. Wir schauen es raus. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Warum würde ich da? Ich... Wir müssen da. Das ist alles. Ich bleib schon im Auto. Ich hab keinen Bock zu gehen. Du bist mir scheißegal. Okay. Well. Shit. Okay. Hier. Wir werden für's rock, paper, scissors. Kein Weg, Mann. Du bist verrückt. Ich bin klar als shit, Wyatt. Das ist der einzige Weg, dass es fair ist. Fair? Wie ist das fair? Wo? Du hast den Mann zurückgebrochen. Du hast das Ding in den Weg. Niemand von dieser shit ist meine Schuld. Okay. Ich gehe. Das ist okay. Das macht Sinn. Okay? Just go out there. Wo ist die Gunniger? Du sitzt hier und stöhnt. Das wird dir nicht mehr helfen. Du bist derjenige, der das zu tun wollte. Ich bin Angst, Wyatt. Komm mal, Mann. Bitte. Ich gehe, wenn ich verletze. Ich versuche. Lass es. Du willst raus, das ist dein Geschäft. Lass es. Ich warte hier, wo es sicher ist. Es sieht aus, wie es mir ist. Shit. All right. So. Da geht's. Addy! Was? Was? Kann ich einfach nichts sagen? Weil, das ist alles... Na gut. Naja, guck. Lass mich alleine, okay? Das ist meine Geschwindigkeit. Eddie! Was ist passiert? Du solltest zurück in das Auto kommen. Kein Weg, Mann. Was, wenn es du warst? Hör auf mich, um zu verlassen. Wir gehen nicht hin, bis ich sehen, was mit diesem Mann passiert, okay? Hier, in case wir schnell raus müssen. Ein Fehler. Weg zu gehen, Idiot! Hey, Wyatt. Ich hatte Pant, als ich ein Kind war. Jetzt schauen wir, woher sie gehen. Das ist der kleinste Hütte in der Welt. Zu tief, um zu sehen. Ich stehe gerade hier. Hey, vielleicht kannst du besser mit diesem Mann ansehen. So. Warum lasst du ihnen nur die Ignition? Scheiße! Ich fahr. Tschüss! Ich fahr. Alter, lass mich nur... Ich fahr los. Tschüss! Ich fahr los. Ich fahr los. Tschüss! Man hätte da ein bisschen nach ihm suchen können. Ob... Was er dann... Also... Quatsch. Anders wäre es gewesen. Wäre ich zuerst rausgegangen, hätte ich nachgucken müssen, was dann auch genau gewesen wäre. Und... Ich glaub... Eddie wäre gestorben... Auf irgendeinem... Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ach Gott. Ich glaub, Eddie wäre sowieso nicht dabei gewesen. Letztendlich. Ähm... Auf jeden Fall. Das ist einfach die arschigste Methode. Ich geh nicht raus. Und ich fahr los, um den Typen irgendwie... Ja, ohne auf den Typen zu warten. Ja. Ich fand, das war das erstmal die lustigste Sache. Ähm... Ihr habt gesehen. Jemand hat das gerade mitgenommen. Und das sind halt die Überlebenden, die halt noch überall rumflitzen. Falls die jemand... Also... Falls diese Verwandten hier irgendwie rumflitzen sollten, wissen die, dass die noch am Leben sind. Und dass die in der Gegend rumgucken müssen, dass die hier irgendwo sind. Okay. Ähm... Russell ist das, was ich wahrscheinlich als letztes machen würde. Ich glaub, ich mach dann Vince. Weil das ist auch noch ganz lustig. Geiles Bild übrigens mit dem Typen im Hintergrund, der das fotobombt. Oh Gott! Ich hab dir gesagt... Ich hab dir bereits gesagt, das war mir nicht. Mann, komm. Ich hab dir gesagt, das war... ... 20 Mal. Ich hab dir gesagt, das war... Ich hab dir nicht... ... du bist richtig... Und wir spielen bereits ein Arschloch. Und das war bei Macon hier. Da, wo wir die erste Episode verbracht haben. Shit! Oh, fuck! Und trotzdem kommen wir ins Gefängnis. Vince, zwei Tage in. Ja. Komm schon, Mann. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Zwei Stunden. Ich denke, es wird schnell sein? Was ist der Traffekt, Mann? Sie haben sich zu sehen, eine Stunde vorhin. Ich kann es nicht glauben, dass diese Arschlösser uns zu lassen. Es ist nicht deine Schuld? Was? 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 Du kennst mich. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Jesus, ihr Leute. Du wirst mich machen? Ja. Hey, Vince! Justin wird mich machen. Es ist zu heiß für diese Scheiße. Vince! Ich mache ihn heiß jetzt. Ja, ihr habt mich heiß. Ja, ihr habt mich heiß. Settle auf, Arschlösser. Er hat es angefangen. Ich habe es angefangen. Hey, Mann. Wie geht es dir? Du öffnest eine dritte Tür? Es ist eine Brüche, Arschlösser. Die dritte Tür. Hey, Justin! Siehst du den Mann in der Beed-Up-Truck? Ich glaube, er lebt in der Beed-Up-Truck. Ich glaube, er lebt in der Beed-Up-Truck. Ich glaube, er lebt in der Beed-Up-Truck, jetzt. Du wahrscheinlich hast seine ganze Haus. Lebensbedingungen. Shit! Ich glaube, du hast ihn verletzt. Du hast ihn verletzt, Mann? Ich habe ihn nicht verletzt, Mann. Ich habe ihn verletzt, Mann. Ich habe ihn nicht verletzt, Mann. Anyway. Better than stealing his virginity. Hey! How many times do I gotta tell you? Here we go. Seriously! I was falsely accused! How old was she? Fifteen? Dammit, it ain't like that. You telling me there wasn't a star witness waiting around in your white van? I'm shocked. You were convicted, Danny. Gotta admit that much. Oh, come on, Vince. That don't mean I did it. My lawyer's gonna be hearing about this. Tell you what, guys. I ain't afraid to say it. I'm really missing my girlfriend right now. I'm guessing she's pretty pissed at you. It's worse than that, man. She won't talk to me. I haven't heard her voice in months. She's really messing with me, like for real. Just let it go, man. I want to, but you know, I love her, man. Forget about her. Not worth holding onto that guilt. Wish I could, brother. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life, you piece of shit. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up back there. I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? Nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. You should've been a man about it. I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. How did it all work, anyway? It was like a... A pyramid scheme. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. Fuck Wall Street. How much did you make off with, anyway? Enough. So, like, a couple hundred K? A little over a hundred. Million. Goddamn, boy. Ho ho. When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids. You touch a couple kids, Vince? What the fuck are you gonna do about you? Fuck you. Fuck me? Fuck you, motherfucker. Oh, Jesus Christ. What the hell is going on, man? Crabtree, knock it off. Hey, get in there, man. Sit down, goddammit. They just need to work it out. They're doing more than working it out. Damn it, Crabtree. Don't make me come back there now. He's gonna kill him, Vince. Let the guard handle it, guys. Fuck that. We gotta get in there. You do not want to get in the middle of that shit, Danny. I knew you didn't have any balls. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Where's your empathy, man? Where's your common fucking sex? Let the guard handle it. Come on, man. Crabtree, I'm warning you one last time, goddammit. He's not listening, man. You gotta get in there. Get yourself in there and break that shit up, man. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. Goddammit. He's gonna kill that fool. Hey. Crabtree? Last one. What are you waiting? Do something. Goddammit. Nice one. What the fuck was that? Fuck. Jesus. What happened? What did you do, boy? Goddammit, boy. Answer me back there. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. Ah, ob der noch lebt. What the hell was that? He, he made a move on me. I, I, I don't know. The asshole had it coming. How did he have this coming? He's, uh... Fucking fuck. You gotta call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it any head. Just, just wait, okay? Just give me a damn minute. You killed that guy. You gotta deal with it, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. Okay, okay. Calm down. Hey, get easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Quit waving that thing around before you get someone else killed. Oh, you're gonna get smart with me now? Vince. It's okay. Just back off. We all need to take it down a notch. You really want to pull that trigger again, son? Thanks, man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Did you see that? I saw it. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here, man. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver. Let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna... Holy shit. Jesus. Oh my God. Hey. 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 You need to call someone. You hear me? We need to... Did he just bail on us? Jesus. What the hell, man? Back up, back up. Fuck! 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 He can't reach us. You sure about that? That ain't gonna hit. Shit. You're gonna help out here, Vince? Come on. We gotta do something. I'm trying to think. You better think fast, man. Any ideas? Yeah, I got an idea. Why don't you do something, asshole? Where's the court's gun? Yeah. You have a gun. Good thinking, Tristan. Where the fuck is it? I think you fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me! Get the gun, man! Get up, bitch! Hurry up! So, that asshole has to do it! Oh, watch it, man! Sorry. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We gotta find some way to get out of here. What are you doing? Can't do anything until we get out of these damn chains. Let's loot them. Maybe he's got the keys on him. Nothing. Well, shit. If the keys aren't on him, then where the hell are they? He must have left them up front. Huh? Oh. Maybe we finally caught a break. Hey, buddy! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Goddamnit, Danny! You always put your fucking fuck you, man! You gotta get out of here before any more of them show up. That's not gonna hold. Fire the fucking gun! Vince, shoot those crazy fucks! Woah, woah, watch it. It's not gonna work. Come on, Vince! I think you just pissed them off. Yeah, yeah, save the shells. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. How the hell are we gonna get out of here? There's gotta be a way. Can't we just... Let's shoot them off the chains? No way. Wouldn't cut through. What about the cup? If we show one of those off, the chain will slip right out. Are you fucking insane? What do you think is gonna happen if you fire a shotgun that close to someone's door? Well, what do you think is gonna happen if we don't get the fuck out of here? Bitch, give me the gun. We gotta do this. Back off! Vince! What the fuck? Woah, woah, woah! What the fuck? Go. Okay. Whoa, bye. Okay. Nein, 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 du kannst nicht! Bäm! Ja, nochmal! Alter! Oh Gott! Und tschüss! Ich meine, könnte mir eigentlich noch helfen, den man halt so mit sich trägt, aber egal. Okay, gut, das war das zweitlustigste. So, jetzt muss ich gucken, na, ich muss leider den Part beenden, weil ansonsten wird es zu lang. Ja, ähm, das waren schon mal zwei von fünf und, ähm, es gibt noch zwei richtig gute und ein mittelgutes, so, würde ich mal so behaupten. Ja, Leute, ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen und bei dem nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt The Walking Assault mit mir, Level 4. Tschüss!